Step 1, wake up, early gonna rise with the sun. Step 2, get something to do. Guten Morgen, heute ist Freitag, der 12. Januar 2024 und wir sind auf dem Weg zum Sonnenkopf. Wir werden heute nochmal fahren und dann am Samstag einen Ruhetag machen. Hallo, hier ist nochmal der Lodder. Wir sind heute den vierten Tag hier am Alberg. Heute zum zweiten Mal Sonnenkopf. Wake up, today is gonna be a good day. Wake up, today is gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal, you control and the steps you take them. I try to pick one thought. Wir sind oben angekommen und bereiten uns vor für die Tour nachher am Purczakopf. Aber Ortrud hat noch einiges zu sagen. Hören wir doch mal. Ja, wir sind die Obermuri-Bahnhof gefahren und fahren uns jetzt auf der blauen 5 ein. Danach werden wir die rote 2, die FIS-Strecke, nochmal probieren. Und dann geht's rüber zum Ameisenkopf. Und Ameisenkopf, genau. So, die Hälfte haben wir erstmal geschafft auf der 5. Und jetzt folgt die zweite Hälfte. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal, you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight an eye from the demons, yo. Negative thoughts, a poison they rot. Head full of flowers, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap. All the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. The flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake Step 3, grow hard out what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Tolle Sache. Wir sind jetzt hier an der höchsten Stelle des Sonnenkopfes auf 2300 Meter. Wir probieren hier mal ein paar Pisten aus, die wir bisher noch nicht gefahren sind. Weil das für uns neue Pisten sind, rote Pisten. Dann haben wir die Kameras erstmal einpacken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sonne? Ja, aber es ist schon ganz schön kalt. Ja, die knallt hier richtig rein. Ja, da ist ja das Panorama-Restaurant. Ja, kennen wir. Wir haben gestern draußen gesessen. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen die Zehen aufraben. Und hier ist es auch ganz angenehm da. Wie ist denn das Wertebefinden? Wesentlich besser. Wesentlich besser? Wesentlich besser, ja. Was sagen die Zehen? Ja, wir sind am Auftrag. Wir bleiben noch ein paar Minuten hier, ha? Ja. Okay. Wir sind jetzt nach Onsai Hause wieder zurück. Sind mit der Bahn Obermoori hochgefahren und wollen dann die vier abfahren zur Obermoosbahn. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ganz schön tricky hier, hin und her, wie Seppentien bergab. So, weiter geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ganz schön anspruchsvoll. Ja, ist es in der Tat. Jetzt sind wir die 2 und die 4 abgefahren bis runter Talstation Obermoos. Die Talabfahrt, die eigentliche, nach Kösel war gesperrt. Also man käme gar nicht ins Dorf rein. Und die 7b und die dann in die 1a übergeht, die Talabfahrt vorne runter, das war nicht so schön. Da liegen Kieselsteine rum und Schmutz. Und ja, man macht sich die Ski wieder kaputt. Und deswegen fahren wir heute noch hier etwas auf dem Skigebiet hier umher. Und dann fahren wir halt mit dem Lift nach unten. Reicht auch dann. Mit der Obermoosbahn, die hinter mir zu sehen ist, hochgefahren auf 2.100 Meter Höhe. Und fahren jetzt die Piste 9 runter. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, stood a no man, I still go. Go, 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 go. Hustle a lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system I don't wanna be a slave. I been doing shit my way, go the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I ain't right pain. You never hit me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta rip the switch and you can go and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, stood a no man, I still go. Go, 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 go. That's what I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. We arrange all the time.